Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne auf Discord vorbei, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Viel Spaß bei dem Video. Hallo Leute und ein Recht. Das hab ich nicht drückt, ich schwör ich hab's nicht drückt, das war wirklich grad so. Und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Livestream auf dem Kanal des Hundes. Ich bin wieder komplett lost, weil ich wieder auf irgendwelche Einblenden gedrückt habe, die ich eigentlich nicht drücken wollte. Wiesn wieder zurück, alles mal Pumpe, der Pumpe. Also 4,99 für den Rubbellus ausgegeben und die... Ach, aber es wäre so schön, wenn ich was bekommen würde. Ey, yo. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Ja, verloren, Alter, natürlich verloren. Okay, eins gönne ich mir noch und dann lass ich's. Das letzte hier noch und dann... Ja, wiesn das Geld wieder ein bisschen mit... Ein bisschen, bis sie wieder zurückbekommen. Aber eines nehme ich mir noch. Eines und dann lass ich's aber auch wirklich. Dann lass ich's wirklich sein, Leute. Okay, 800. Ey, ich hab, Leute, ich hab einen leichten Gewinn gemacht. Hab ich euch schon gesagt, dass das das letzte heute ist, was ich hier nimm? Okay, letzte, letzte los für heute. Jetzt 10.000, komm. Ey, will ich das jetzt gewinnen? Will ich das jetzt gewinnen? Jetzt hier, bitte, 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 bitte. Das wär's, das wär's, das wär's, okay. Banane. Watermelon. Noch mal Watermelon. Okay, das ist sehr gut. Erdbeer. Strawberry. Ein Stern, der nicht meine Namen trägt. Oh nein, das sieht schlecht aus. Nein, komm. Okay, noch ne Banane. Jetzt ne Banane oder ne Wassermelone. Nein, es sind Kirschen. Ja! 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 Okay, danke, 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 danke. Super. Ähm, hat's nicht gelohnt. Ich hab, ich bin plus rausgekommen. Ich kauf das Ding einfach, ich brauch eh eins. Und Helm muss ich mir noch holen, ne? Gut, meine Maske guckt hinten ein bisschen raus. Äh, ist halb so wild, oder? Das ist wild, ist halb so wild. Ja, das passt schon. Das ist ja auch wieder der größte Keck mit dieser Weste gerade, weil das überhaupt nicht dazu passt. Aber egal, ich fahr damit rum. Ah, es schon. Immerhin, äh, hat Stil. Äh, hat Stil? Ja, hat Stil. Oh, da liegt ein Hundi. Hallo, Marc. Hallo. Oh, wie süß. Macht er gerade ein Nickerchen? Ja, das ist der Mr. Peanut. Bin fein. Bin fein. Huch. Ich dachte gerade, du klatscht mir eine. Alter. Das trinken irgendwie immer alle. Okay, äh, ich bin aufgeregt, Leute. Kann ja nur schiefgehen. Kann ja nur schiefgehen alleine Jugo machen. Mann, ich hätte eine Idee. Können wir mich hier hinstellen? Ich stelle mich hier hinten hin, warte ein bisschen. Und wenn wer hinkommt, überfalle ich den einfach. Hier ist schon einmal so gemacht. Ah, da ist jemand. Guck, der geht in den Shop rein. Da muss ich gar nicht lange fackeln. Der zum Automaten, ich sehe, ne? Und dann, ey, Hände hoch. Wenn du dich umdrisst, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Komm mit, komm mit mit mir. Du kommst jetzt mit mit mir, okay? Ja, passen Sie auf, wir machen jetzt folgend, dass ich überfalle diesen Laden ja jetzt, ja? Haben Sie verstanden? Wir machen das wie folgt. Sie bleiben schön bei mir. Und Sie werden keinen Anweisungen der Polizei nachgehen, sonst gibt es eine direkt aufs Maul. Okay. Oh, nee. Oh, nee, das ist wieder das System hier. Match. Oh, das ist kacke. Ich will das nicht. Einen noch, glaube ich. Signal Match, geil. Ja, geschafft. So, jetzt kommen Sie mit. Wir gehen da jetzt raus, bis nach hinten, ja? Bis nach hinten. Raus da, raus da, raus da. Kommen Sie mit. Nehmen Sie die Hände hoch. Nach hinten, ja? Ganz nach hinten. Ganz nach, ganz nach hinten hier. Alle nach hinten hier. Wo kommen Sie denn jetzt her? Für Uhrenkauf. Ah, yes. Guten Tag, hallo, hallo. Guten Tag. So, ich komme noch ein Stück ran, dann müssen wir nicht so schreien. Ne, passt schon. Bleiben Sie da stehen, ist schon alles gut. Ich bin nicht schon so weit raus. Wie geht's Ihnen? Wie geht's der Geisel, die Sie dabei sich haben? Der Typ hier ist reingerannt wie ein Vollidiot. Der ist einfach reingerannt, als ich den Alarm ausgelöst habe, weil er Panik bekommen hat. Und der andere da hinten, dem ist es, glaube ich, ganz gut. Aber ich sage Ihnen, den, den ich hier in meiner Hand habe, den kann es nicht gut gehen. Da stimmt irgendwas nicht mit dem. Äh, ja gut. Was haben Sie denn vor hier? Was sollen Sie denn alles haben? Es ist ein Kindergeburtstag hier, mehr nicht? Wir haben Ballons gekauft, die blasen wir jetzt gleich auf, machen wir noch eine Torte, die liefern wir ja gleich. Und dann gibt es einen kleinen Kindergeburtstag. Aber was sieht es denn hier sonst aus? Gut, das ist ja eigentlich schon mal nicht sehr klug, das in einem Juwelier zu machen, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Was muss ich Ihnen anbieten, damit ich die Geißel kriege? Boah, eine Benjamin-Blümchen-Torte. Ja, das ist ein Big Mac. Sehen Sie, das meine ich, irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich habe Hunger. Also eine Benjamin-Blümchen-Torte werde ich Ihnen nicht organisieren können, die kriege ich nicht weiter. Aber der hat doch Hunger, haben Sie gehört? Der hat Hunger. Eine Benjamin-Blümchen-Torte gibt es ja, hast du gehört? Die muss man ohne feiern heute, ohne Benjamin-Blümchen-Torte für dich. Scheiße. Ja. Was fordern Sie denn? Ich sehe da hinten Nagelbändelchen, machen Sie die mal weg, die stören mich. Machen Sie es gut. Ich habe das Gefühl, die Motorräder sind schneller als meine, aber wir schauen mal. Und hier... Den geht es aber nicht gut. Der hat mich weggerammt, der Bray. Oh, das ist ein High-Speed. Jungs, chillt und nicht reinramm ins Auto. Ich glaube, ich bin weg. Ich bin weg, Jungs. Oh mein Gott. Ich bin weg. Ich bin weg, Jungs. Ich bin weg. Ich bin einfach weg. Was eine Verfolgung. Was eine Verfolgung, Jungs. Guten Tag, Alter. Ich bin weg, der Herr. Smaragd-Brosche für 3,9... Alter, das ist echt viel Geld für ein so ein Ding. Colex-Sub-Silber. Diamant-Ring. Soll ich den hergehen? Diamant-Ring für 1,793. Ja, komm. Gold-Kette. Ich hoffe, ich kriege den Payout, den ich mir erhoffe. Colex-Day-Gold, die verkaufe ich nicht. Oder war das die Sub-Gold? Das war die Day-Gold, ne? Die ich nicht verkaufen soll. Glaube ich. Ja, komm. Smaragd-Ring. Ich überlege, dass ich den Rubin-Ring behalte. So, Silber-Ring. Alter, ist das viel Kohle. Weißt du was? Ich kack da einfach drauf. Ich verkaufe das einfach, oder? Der, die Silber. Bin ich los, Alter. Ich will nicht in den Knast gehen. Außer den einen Ring, den behalte ich mir. Den werde ich mir behalten. Weil ich kriege dafür jetzt 2,1. Ach, behalte ich. Ich habe über 100k gemacht, Leute. Ich hatte ja 40 irgendwas. Jetzt habe ich 150k. Krass. Das ist mein erstes richtiges Auto, was wir hart erarbeitet haben. Da ist er. Alter, ich fahre gleich 2,20. Komm, 2,20. Nicht 100 pro auf 2,50 an der Richtung. Ja, 2,20. Passt. Geil, ey. Ey, aber ohne Tuning. 2,20, Leute. Mit der Kiste. No Tuning. 2,28 mit Bump. 2,28 mit Bump, Leute. Ohne Tuning. Und jetzt hier diesen Bump mitnehmen. Bin ich so schnell wie der... Alter. Ja. 2,50 circa. Das Ding los ist. Das Handling ist so geil. Ey, Lekomio ist das geil. Ey, ich habe wirklich die gute Entscheidung getroffen. Vier Sitzer. Schnell ist er. Können Sie mich auf Insta abonnieren? Das heißt Happy Feet. Das ist ein Name, da würde ich nicht gerne abonnieren wollen. Gucken Sie mal nach, das ist ein gutes, guter Content da. Ich will mal der größte Influencer werden. Auf Insta pick. Happy Feet. Ja. Wir machen wirklich Bilder von Füßen. Äh. Ja. Jeden Tag neue Füße. Kann ich von Ihnen ein Fußbild haben? Von 15.000? Von mir? Von 15.000? Ja. Alles klar, warten Sie. Warten Sie. Ich hole das Geld. Ich hole das Geld. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ja, das ist 15.000 Mal, dass das selber schuld, wenn er so blöd ist und so viel Geld dafür ausgibt. Ja, genau das dachte ich mir eben auch. Ja, bitteschön. Willst du noch was zuhaben? Ich habe noch Krücken und Röschel. Warten Sie? Warten Sie? Ich kann mit Krücke machen. Oh, ja, mit Krücke wäre... Ja, gut, dann bitte. Das sind immer noch meine alte Krücke. Das ist ein guter Preis. Oh, oh. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's mit dem Video. Das war's mit dem Video.